Ich frage mich, ob die Zuschauer, wenn sie überhaupt, das schauen, ob, ob, ob wir dick sind oder nicht. Achso. Ne. Das weiß man nicht, ne? Genau. Dicke Freaks, die immer am Fressen sind. Und dünne Streichhölzer. Die von Strahl zu Strahlspeich in der Dusche. Die Laterne verschecken können. Oh, Laterne geht da noch. Stimmt, Laterne sind überbreit. Schon. Ich hab ne Idee. Seh. Nein, Spaß. Oh, ja, bitte. Es liegt die Scheiße am Boden wiederum. Ja, das war. Das hat krankt mein PC. Wof krank der Stärke. Keine Angst. Nice, nice. Oh, fügt sich doch. Oh, jetzt zieh mal weit Richtung zurück. Oh. Oh. Sorry. Beinig nervös. Alter, wo bin ich ja? Warte mal. Stehst im Weg, glaube ich. Verpiss dich da einfach. Scheiße, Martin. Verwürst dich. Der letzte hier. Hast du nichts gelesen, was ich geschrieben habe? Geil. Oh, immer ruhig. Da, diesmal mal. Alter, Martin. Scheiße, sehe ich. Kannst es schaffen. Oben steht auch was. Ja. Kann ich? Nicht. Baut mich auf, Martin. Baut mich auf. Hier. Noch was. Das baut dich auf. Penis. Das hab ich erst nicht geschafft. So, wenn du den jetzt verkackst. Ah, schön. Weißt du was dann ist? Komplett von vorn. Das hab ich mir einfach wieder. Aber, da ich ja. Advanced bin. Entsprüngen. Entsprüngen nach rechts. Hahahaha. Ich dachte schon, ich schützt ab. Hier kannst du ruhig runterfallen. Was ist die los? Oh, ich will ja nicht runterfallen. Es ist super easy, ey. Das war's. So, dein Safety ist vorbei. Rechts. Sorge auf den Kopf. Ja. Den hier. Dann hast du einen Scheiß. So, hier kannst du direkt ran springen. Von dort. Müsste einfacher sein. Genau. Und hier kannst du auch direkt so ran springen. Das ist besser als im Kreis springen, wenn du auf der Ding stehst. Perfekt. Ja, hier hast du jetzt. Ah. Genau. Scheiße. Aber du hast es geschafft. Und jetzt ist noch ein normaler Ecksprung. Und jetzt... Ich hab's mit Sprinten gemacht. Da hinten hin? Geh nach. Geh nach. Alter, ich kann jetzt auch nicht mal dieses behinderte Wichsen. Auch was. Boah. 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 Ich hab geübt ein bisschen gerade. Deswegen. Nein. Ja, ja. Das ist nicht ganz unten. Ich bin ja echt ganz günstig. Ich schau grad noch an. Weil es ist ein Linkssprung. Ich kann kein Linkssprung. Ah, gut. Jetzt war ich auch gerade verkackt. Oh. 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 Gehst du... Gehst du im normalen auch, oder nicht? Na, ich probier's gerade auch. Ich probier's gerade auch. Normalen Sprung gehst du auch? Kannst du mal testen? Aber im normalen Sprung... Oh, ne. Auf keinen Fall. Es sieht immer verdammt knapp aus, aber... Oh, doch. Es funktioniert. Ja, aber du musst echt... Du musst einfach ganz nach rechts. Aber du musst extrem spät... Leertaste drücken. Das heißt, du musst geradeaus die Leiter langlaufen. Ich probier's nochmal. Oh, das heißt extrem spät. Du musst halt ein Stückchen laufen, ne? Geh ganz nach rechts. Geh ganz nach rechts. Geh ganz nach rechts. Das funktioniert echt ganz gut. Ich hab's jetzt viermal hintereinander geschafft. Oh, du bist noch drauf. Oh, was? Also, ich mein natürlich ganz in die Ecke, ne? Mit ganz nach rechts. Ja, genau in die Ecke rein. Ja, welche Ecke denn? In die Ecke? Oh, aber jetzt hab ich's grad schon wieder nicht geschafft. Okay. Aber müsste machbar sein. Oh. So. Ich mach mal den Regen aus. Er wird ganz schnell. So, nochmal. Ja, jetzt hab ich's schon wieder geschafft. Hm? Also, muss komplett in die Ecke. Na mein Sprung. Genau. Dann aber geradeaus gucken. So hier. Also, auf die Wand. Genau. Gut gemacht. Haha. 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 Das ist so krass. Start ist 40. Ist schlecht, ne? 39 haben wir schon. Das war so klar. Ich will die Tür öffnen. Ich will die Tür öffnen. Was ist das schönes Leben? Oh, das ist für dich. Ich will dich einmal zurückfallen. Du stehst bei mir hier rüber. Ach so, du bist nicht einmal komplett zurückgefallen von Nordmant. Ach so, du bist nicht einmal komplett zurückgefallen von Nordmant. Naja, bei mir gibt's hier Jackpots. 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 Jackpots, ja. Hihihihihi. Mach! Ein Glück. Ich habe auch ganz froh, ja. Boah, jetzt habe ich nicht gesprintet. Ist einmal vor. Jackpoints. Boah, Alter, wie spinntet er denn jetzt nicht? mit den leitern und um die ecke war das und das ist ein erster an das ist auch hier ein leben und ist rum alter ich war die ganze zeit rechts wenn man die linke waren ja Du brauchst immer ein bisschen, Loser Du brauchst immer ein bisschen, Loser Du brauchst immer ein bisschen, Loser Ops, habe nicht schreck gesprungen Sicher Bisschen weiter, ne? Ich muss immer versuchen, hier zu springen Zack Klack, klack Sehr gut Was sagst du? So Klack, klack, sag ich Na, fuck Klack Oh, ja, sprich nicht Ich bin ja nicht Ich bin ja auch immer müde Wieder mal schlafen Scheiße Knack, beide, gebraked Weiß ich nicht Wieso? Es ist nachts Sagt er was Ups, aber mein Spielmodus wurde geändert Ja Oh, fuck Der war richtig erwärmlich Easy Bam, der wird 41 Das ist gar nicht so los, wie er ist Ich bin ja zu einfach bestimmt Wird schon in den Zwisch So an Leitern gewöhnt Wird schon in den Zwisch Oder an hart Warte, fack Leitersprünge Hauptsache du bist Ah ne, bist du nicht Aber fast Du bist so halb Was? Du hast einen halben Block Über deiner Decke Über deiner Decke Über dir Im nächsten Level Aber keine Ahnung, sie laufen nicht weiter So Alter, warum schaue ich den Sprung denn nicht? Den letzten Sprung schaue ich ja nicht Hä? Heinen So ist er Ach jetzt Der letzte Sprung heinen Hallo, sind alle Schillerwesenheiten? Sicher? Ich hab doch nicht da vorhin. Kacke. Kacke. So, auf da. Ja. Äh, von Wegen, das ist ein halber Block. Ja, guck doch nach oben. Ich hab dich verlassen, Martin, dass da wirklich ein halber Block ist. Ja, ich hab ja nicht weitergemacht. Beim ersten, ja. Danach war immer gescheiße. So. Wundern mich schon an der Zeit. Aber nach dem Haus, ne? Oh, ich war weiter weg, oder? So. Da ist dieses Loll-Boy-You-Jump. Hier. Das ist noch immer mein Secret. This room will test your corner skills. Ach, endlich mal wieder. On slaps and right under the roof. Alter. Ach ja. Achso. Chatpoint. Gut. Juhu. 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 Upsa. Pfff. Ach mein. Oh. Pfff. 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 Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Achso. So. Und jetzt hör' noch hoch. Ach nee. Ach nee. Hier ist es weiter. We have to train this a bit too. Pfff. 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 Da geht's nicht courses in видео Svenskliger. Das ist halt um die... Das ist halt ähm... Also mein Block nach vorne. Ein Block nach rechts und dann mein wieder nach vorne. Also... Na ja... Also... 2 nach vorn und ein nach rechts. Aber vorne ist halt Blöck. Ähm... Die... Die Apple. die man hier machen muss. Ah, egal. habe ich ja jetzt habe ich es schon geschafft ich habe schon geschafft ist ok jetzt sagst du ja mal wenn du wenn du abziehst dich mal nicht so du pümmel maus guck mal hier oben ist eine jukebox die habe ich ja nicht ich wollte schon kommen ja warte guck mal guck mal kurz vielleicht rede ich mit den zuschauer nicht mit dir du bastard ich rede mit den zuschauen weil du mir sagen ich muss noch den genau als im sammeln very important wie kann ich mir aus if you are pro you may be already know it can you do this right Und das? Behind you? Hä? Das hatten wir doch schon. Und das? Oh, das habe ich nicht geschafft. Hä? Wir haben das doch die ganze Zeit gemacht. Ich verstehe nicht. Ich springe hier. Der ist nicht so einfach. Ja, ja. Nur es gibt immer... Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Wie kann denn du bist? Ach, schade. Sie erfreut mich. Ui. Fuck, der ist schwer, der Letzter. Oh, doch nicht. Man muss da nicht schwimmen. So, remember, a good tip is to always, as you land on something, always press the Sneak key immediately after you land. Start here. Try jumping a bit away from the wall at this jump. So. Use shift for this one behind you. If you use that tactic with jumping slightly away from the wall, you can actually sprint on ladders. Try it out. Also, Sneak strategy helps you too. Hä? Ach so, ja, weiß ich doch. Bist du immer noch da? Na, Leidensteller? Nee, muss weiter schon. Okay, das ist nicht einfach aus. Ach, fuck. Oha. Nein, du atmest wie so'n Drache. Was du gemacht hast, war ein Astronaut. Dino, ja. Ja, ne? Oh, shit. Fuck. Hallo. Hallo Martin. Das ist so easy, Leitannisch. Tricky. Havan, no problem for me. Jetzt kommen die ganzen Tipps, die wir schon längst hätten brauchen können. Das mit den Leitern, Sprinten und alles, da wo du aufgegeben hast, genau diese Sprünge sind hier, um dir mal was Gutes einzunehmen. Oh, fuck, ey. Ja, kann ich schon. Fuck. Ich hab keine Lust drauf. Oh, ich bin wirklich ganz schön hoch. Das Level marks where it begins to frustrate me. Okay. Okay. Das Level will certainly help me train you in timing. There is a block right above your head, so that will do so that you have to jump from the edge of the blocks. Ja, ich warte mal auf dich. Ja, hier ist alles gut abgesichert, also solange wirst du nicht brauchen. Okay. 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 Alright.